Guten Abend, mein Name ist Ellen Harrington, ich bin die Direktorin hier im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Es ist mir eine große Freude, eine der erfolgreichsten und beliebsten Regisseurinnen in deutschen Kinos bei uns in Frankfurt begrüßen zu dürfen, Doris Durye. Liebe Frau Durye, Hannelore Elsner war eine gemeinsame Freundin von Ihnen und von unserem Haus. Oft war sie zu Gast bei Veranstaltungen, im Filmmuseum und sie war Mitglied unseres Vordervereins. Heute wollen wir uns an sie erinnern. Gemeinsam mit EPD Film laden wir seit 15 Jahren in der Reihe Was tut sich im deutschen Film? Jeden Monat einen besonders herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm ein. EPD Film, das ist Deutschlands verörende Faktseitschrift zum Thema Film. Auch sie sitzen in Frankfurt. Sabine Horst ist die stellvertretende Chefredakteurin und Autor Ulrich Sonnenschein, der nach dem Film das Gespräch führen wird. Vielen Dank für die tolle Kooperation. Kirschblüten Hanami war ein Hit. Ein Riesenerfolg vor elf Jahren mit Hannelore Elsner und mit Elmar Weber. Nun haben Sie, liebe Doris Durye, das Sequel gedreht, Kirschblüten und Dämonen. Es wurde Hannelore's letzter Kinofilm. Urspuri, wir gleich mit Ihnen über Hannelore Elsner sprechen. Aber zuerst schauen wir uns noch zur Einstimmung den Trailer von Kirschblüten Hanami an. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend in Vielfalt genügend. Vielen Dank, danke schön. Ein Applaus. Doris Durye, bitte. Willkommen bei uns auf der Bühne in Frankfurt. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nehmen Sie gerne Platz. Genau. Kirschblüten Hanami, das war 2008 und tatsächlich die erste Zusammenarbeit von Ihnen mit Hannelore Elsner, die wir uns jetzt vorab noch ein kleines bisschen erinnern möchten. Das war eigentlich Zufall, weil eigentlich sollte Monika Bleibtreu diese Rolle. Ja, das war eigentlich auch sehr traurig. Erst einmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich bin sehr gerührt, dass Sie so zahlreich heute Abend hier sind. Danke auch für diese wunderbare Einladung. Danke an Frau Harrington, danke an Herrn Spörri, dass ich heute hier sein darf, dass wir noch einmal Hannelore Elsner feiern. Und ja, das war damals eigentlich ein sehr trauriger Umstand. Monika Bleibtreu war besetzt für die Rolle und sie wurde krank, lebensgefährlich krank und die Rolle musste innerhalb von kürzester Zeit umbesetzt werden. Und dann habe ich Hannelore gefragt und sie hat auch sofort zugesagt und hat dann sich aber auch doch sehr gesträubt erst gegen diese sehr bayerische Rolle. Weil das hat ja schon ein bisschen was auch mit ihrer Herkunft zu tun. Sie kommt aus dem Bayerischen, aus der Provinz. Ja, und der Grund, warum ich sie nicht besetzt hatte als erste Idee war, weil sie doch immer sehr großstädtisch gewirkt hat, mondän, aus so einer anderen Welt zu kommen schien. Und dann kam aber eben raus, dass sie eigentlich aus Burghausen ist und dass sie Bayerin ist. Und das ist ihr schwer gefallen, dann auch auf Bayerisch zu spielen. Das hatte sie vorher nie gemacht. Und dann irgendwann hat sie diesen Sprung gemacht und hat gesagt, okay, ich weiß jetzt, wen ich spielen werde. Ich werde meine Großmutter spielen. Und das Ganze wird eine Hommage an meine Großmutter sein. Und von dem Augenblick an war sie dann wirklich Trudi. Da konnte sie dann auch diese Trudi ganz anders füllen. Haben Sie die Gelegenheit genutzt, mit ihr dann auch tatsächlich über ihre Kindheit zu sprechen, wie sie das erlebt hat mit ihrer Oma? Oh ja, wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben viel über Essen gesprochen, was die Oma gekocht hatte. Was denn? Das war eine ganz bayerische, deftige Hausmannsgerichte. Und wie sehr sie den Schutz ihrer Großmutter genossen hat. Es war eine schwierige Familie und diese Großmutter war eben wirklich ihr Schutz. Sie hat ja auch früh den Vater verloren und auch noch einen der Brüder. Das war sehr schwierig. Und die wurde dann auch ins Internat geschickt damals. Ganz einschneidende Erfahrung auch für sie, dieses katholische Internat. Darüber hat sie sehr schön in ihrem Buch geschrieben, in ihrer Autobiografie. Dann hat sie es ja geschafft. Sie hat es in die Großstadt geschafft, nach München. Wurde da quasi wirklich Münchnerin mit Leib und Seele, bis sie dann irgendwann nach Frankfurt ging. Wie hat sie, als sie den Film dann gesehen hat, darauf reagiert? Wenn sie am Anfang ja so eher so ein bisschen gezögert hatte, dann quasi jetzt hat sie ihre Oma gespielt, so wie sie es gesagt hat. Wie fand sie das? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Von dem Moment an, wo sie Trudi als Rolle angenommen hatte, war das dann auch wirklich sehr einfach, diese Zusammenarbeit. Und ich weiß eben noch, wie wahnsinnig gern sie dann in Japan war. Und damals hat sie mich immer bedrängt. Und dann hat sie gesagt, die Trudi, die muss als Gespenst die ganze Zeit in Japan mit dabei sein. Und sie hat gesagt, Hannelore, das geht nicht, tut mir leid. Das geht einfach nicht. Die kann nur einmal kurz bei dem Tanz auftauchen, aber nicht die ganze Zeit. Und dann wollte sie nicht wieder wegfahren aus Japan, weil sie das so schön fand. Und sie konnte ja wirklich sehr, sehr insistierend sein. Oh ja. Und dann hat sie, das sind so kleine Anekdoten, Tadashi Endo, den Butoh-Tänzer, der auch in dem ersten Film vorkommt, ein wirklich sehr durchtrainierter Mann. Den hat sie dann dazu gebracht, sie wirklich den ganzen Tag über den See am Fuß des Fugees in so einem Tretboot zu paddeln. Und er kam abends fix und fertig wieder und konnte kaum noch gehen, weil Hannelore nicht locker gelassen hat. Und immer mehr wollte von dieser großen Schönheit. Sie wollte das so einsaugen und jede Sekunde genießen. Und das war wirklich etwas, was sie nicht nur als Privatperson immer hatte, sondern eben auch in diesen Figuren sich immer wieder erarbeitet hat. Egal, wen sie gespielt hat. So eine große Liebe zum Leben oder zum Erleben. Das haben all diese Figuren. Sie haben einen wunderbaren Nachruf auf sie geschrieben in der Süddeutschen. Da haben sie auch erzählt, dass sie zum Beispiel mit Kostümbildnern und Kostümbildnerinnen oder mit der Maske so einen Perfektionsgeist entwickelt hat, dass man da wirklich auch, sie wollte es zu 100 Prozent sein, was sie für eine Rolle hatte. Haben sie da eigene Erlebnisse, Erfahrungen, die sie teilen wollen? Ja, das Kostüm war ihr sehr wichtig, mir aber auch. Also es ist für mich immer so der erste Moment, wo ich eine Figur auch wirklich kennenlerne, wenn wir zusammen die Kostüme aussuchen. Ich gehe auch ganz oft mit und überlege und versuche Dinge, probiere Dinge aus. Und Hannelore hatte, diese blaue Strickjacke, die hat ja eine große Rolle gespielt für die Figur. Aber sie hat auch wirklich sehr viele Kostümbildner in den Wahnsinn getrieben. Das kann man schon so sagen, weil sie auch nicht locker gelassen hat. Oder wenn sie dann Kostüme bekam, die sie nicht leiten konnte, dann hat sie die schon auch mal versteckt und dann waren die nicht mehr auffindbar. Das gab's auch. Was für Tricks, ja. Zum Beispiel, sie war mit dieser blauen Strickjacke sehr glücklich, aber sie hat diese Mütze, die ich so mochte, diese blauen Mütze, diese weiße, die hat sie gehasst. Und jeden Tag wieder haben wir diese Mütze gesucht, weil Hannelore sie wieder versteckt hatte. Und da würde sie jetzt sagen, nein, das war so was. Doch, doch, das war schon so. Wir hören sie quasi. Eine Anekdote von dem Film, die erzähle ich, weil es doch sehr deutlich auch zeigt, in wie vielen verschiedenen Welten sie gelebt hat mit diesen Figuren, aber dann eben auch sie als Hannelore Elster. Und sie war wirklich unser Star und wir pflegen unsere Stars nicht besonders gut. Und sie hat da auch schon sehr darauf aufgepasst, dass sie als Star behandelt wird. Und wir hatten, bei Hanami war die Verabredung, dass alle Schauspieler ihr Kostüm mitnehmen, ins Hotel oder ins Zimmer mitnehmen, wo sie gewohnt haben, und dann morgens immer schon angezogen in der Rolle zum Drehort gekommen sind. Und wir haben alles ein bisschen anders gemacht als andere Drehteams. Und sie bekam also ihr Kostüm von Trudy mit ins Kempinski, denn das war Bedingung immer. Hannelore in Berlin musste immer im Kempinski wohnen. Da gab es keine Diskussionen. Egal wie wenig Geld man zur Verfügung hatte beim Drehen, das Kempinski musste es sein. Okay, Hannelore hat im Kempinski gewohnt und kam morgens aber nicht zum Drehen und war nicht auffindbar, dann bin ich zum Kempinski gegangen, hab da an ihrer Tür geklopft, lange hat sie dann gar nicht geantwortet. Irgendwann stellte sie sich raus, sie war immer noch im Zimmer. Und dann kam sie raus und hatte ihr Trudy-Kostüm an und hat dann zu mir gesagt, aber Doris, hat immer so Doris gesagt, ich kann doch nicht als Trudy durchs Kempinski gehen. Ja, ja, da hatte sie recht, da hatte sie wirklich recht, weil diese Figur der Trudy passte nicht ins Kempinski. Überhaupt nicht, ja. Ja. Wahnsinn. Und ja, so war sie immer. Sie wusste genau, was sie wollte. Ist das, wenn man als Regisseurin mit ihr zu tun hatte, gut oder schlecht gewesen? Für mich war das ein großes Glück, weil ich ja auch alles immer selber schreibe und dann mit ihr wirklich auch in diese Diskussion zu gehen, das war für mich immer herrlich, weil das auch der große Spaß für mich ist, dann diese Figuren auch zu verändern und zu gucken, was geht denn da noch? Was ist da noch an Platz auch? Und viele Diskussionen hatte ich mit ihr und mit Elma über das Bayerisch, weil ich Hochdeutsch spreche, ich komme aus Hannover, ich beherrsche leider keinen Dialekt. Ich finde es furchtbar, ich liebe zum Beispiel auch Hessisch, ich liebe Dialekte, aber ich kann halt keinen. Und da dann meinen Satzbau auch so zu verändern, dass er wirklich bayerisch wird, das war viel Arbeit, die sie da reingesteckt hat, auch immer mit Rücksprache mit Elma, in Rücksprache mit Elma, der so ein Münchner Bayerisch spricht und sie wollte ein Bayerisch, was ein bisschen bäuerlicher noch ist. Also da war sie ganz, ganz genau, wie das Bayerisch zu sein hatte, was sie als Trudi gesprochen hat. Und solche Dinge, also diese, es hätte sie auch einfach so spielen können, wie es da stand, aber nein, es musste stimmen, es musste alles immer stimmen. Und das ist natürlich ein großes Glück für einen Regisseur, denn klar, das möchte man, dass die Figuren stimmen und dass sie dadurch eine Wahrhaftigkeit bekommen. Und das hat sie wirklich immer und immer und immer gemacht. Für jede Figur. Sie hat nie eine Figur gespielt, die sie nicht als wahrhaftig empfunden hätte. Sonst hätte man es auch nicht 60 Jahre geschafft in der deutschen Filmlandschaft, von Freddie Quinn bis, ja, zu Kirschblüten, Hanami. Das habe ich sehr, sehr bewundert an ihr, diese unglaubliche Hingabe, ihre Begeisterung, aber auch ihre Disziplin. Und ihr haben bestimmt schon viele Jahre lang die Knochenweh getan, wie das halt ist, wenn man älter wird. Und andere Dinge, die dann auch schwieriger werden und wahrscheinlich schlecht geschlafen immer. Und ich weiß nicht, was alles, hat sie sich nie anmerken lassen. Nie. Auch beim letzten Film nicht. Keine Sekunde. Bevor wir auf den zu sprechen kommen, Sie haben Emma Wepper gerade noch angesprochen. Das ist ja tatsächlich auch quasi so die Traumbesetzung gewesen. Die beiden haben ja auch das deutsche Fernsehen geprägt. Zuerst Kommissariat K1, dann zwei Münchner in Hamburg, was gefühlt jeder gesehen hat in der Zeit. Irgendwie und sowieso war das Wichtigste. Natürlich. Das war natürlich auch ein bisschen dann Absicht, auch wenn es kurzfristig war. Und wie haben die beiden miteinander agiert? Hat man da gemerkt, da ist nochmal eine andere Intensität oder so? Die beiden mögen sich, kennen sich eben schon ewig, haben sich gefreut, glaube ich, miteinander zu spielen. Und sonst sind die halt beide so professionell, dass sie das auch dann gar nicht so zeigen, ob das jetzt nochmal was Besonderes ist oder nicht. Aber die haben schon sehr gut miteinander gekonnt. Das schon. Und dann gab es noch eine zweite Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Hannelore, bevor es jetzt zu dem Film des heutigen Abends kommt, Alles inklusive, wo ich vor allen Dingen die Anekdote schön finde, das haben sie auch geschrieben, dass sie immer die letzte war bei großen Partys, dann auch die bis zum Schluss durchgetanzt hat. War das so eine Charaktereigenschaft, alles ganz oder gar nicht, alles oder nichts? Ja, ja. Manche haben sich auch ein bisschen davor gefürchtet, wenn Hannelore in der Kneipe gegenüber am Strand saß und man vielleicht dann doch lieber ins Bett gegangen wäre, das ging nicht. Man musste dann schon auch da bleiben. Und sehr lange da bleiben. Denn sie hatte wirklich so dieses Bestreben auch, dem Leben alles abzutrotzen, was es nur irgendwie hergeben kann. Und da sind manche, sehr viel Jüngere, dann auch in die Knie gegangen und konnten da nicht so mithalten. Aber das war gezielt von ihr. Das war ihr Lebensprogramm, wirklich dem Leben alles abzutrotzen. Als Sie sie gefragt haben, zehn Jahre nach Kirschblüten-Hanami, wir drehen einen zweiten Teil, eine Fortsetzung, wie auch immer geartet, Kirschblüten und Dämonen, hat sie da schon gesagt, du, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe oder gar nichts sich anmerken lassen? Nein, das hätte sie auch nie gesagt. Das hat sie auch bis zur letzten Sekunde nicht gesagt, dass es vielleicht so kommen könnte. Ich wusste schon lange, dass sie krank ist, aber nein, da hat sie auch etwas getan, was man, also vieles kann man sich, glaube ich, auch abschauen von ihr. Also dieses immer dann doch optimistisch bleiben, egal wie mies die Aussichten vielleicht sind, aber das dann nicht wirklich zuzulassen, zuzulassen, in einem bestimmten Rahmen nicht zuzulassen. Und sie hat es wirklich auch sehr, sehr genossen, dieses Zimmer der Kunst, in das sie gehen konnte, in das wir alle gehen können, die wir Filme machen, die wir Kunst machen. Das ist wirklich wie ein Zimmer, in das man gehen kann und wo dann die Alltagssorgen und Beschwernisse zu einem Teil auch wirklich draußen bleiben können. Das ist was Besonderes, das ist auch ein Privileg. Absolut. Und sie hat ja tatsächlich jetzt zum Schluss noch so viel gemacht, es kommen ja posthum noch jetzt zwei weitere Fernsehfilme heraus, wo sie auch noch mitgedreht hat und dann an einem Tatort nächstes Jahr zu ihrem ersten Todestag. Aber der letzte Kinofilm, das wird tatsächlich immer der Ehre gebleiben. Was bedeutet Ihnen das? Das ist seltsam mit dem Film, weil der größte weibliche Star Japans, Kiki Kirin, und unserer größte Star, Hannelore Elsner. Beide sind gestorben nach dem Film und beide waren zu Beginn des Films schon sehr krank. Und es war für beide aber dann auch ein Wunsch, diesen Film unbedingt zu drehen. Dadurch fühle ich mich sehr geehrt, dass beide das wollten. Und bei Hannelore war es so, als ich ihr erzählt habe, dass ich den zweiten mache, da hat sie gar nicht fragen, gar nicht wissen wollen genau, um was es da geht und was sie da machen muss. Es war einfach klar, sie ist dabei. Das war so ohne Zögern, weil wir auch wirklich in dieser Zusammenarbeit ein tiefes Vertrauen miteinander bekommen haben. Sie zu mir und ich zu ihr. Das war außergewöhnlich. Also das habe ich dann doch auch selten mit Schauspielern erlebt. Es ist ganz wunderbar, Sie so über Hannelore sprechen zu hören. Nachher werden wir weiter noch mit Ihnen sprechen können. Ulrich Sonnenschein wird dann mit Ihnen auch über Kirschblüten und Dämonen sprechen. Und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber möchten Sie uns noch was mit auf den Weg geben? Ja, ich muss immer wieder sagen, wie sehr Hannelore an dieser Stadt gehangen hat. Ihr Frankfurt. Das kam immer und immer wieder. Und oft haben wir darüber geredet, ob es nicht vielleicht praktischer für sie wäre, nach München zu ziehen, weil doch viele Dreharbeiten auch in München waren. Nein, von Frankfurt wollte sie sich nicht trennen. Also sie hat diese Stadt sehr, sehr, sehr geliebt. Vielen Dank, Doris Dörrie und Hannelore Elstner. Und jetzt viel Vergnügen mit Kirschblüten und Dämonen. Großen Applaus, Doris Dörrie, die Regisseurin. Und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen. Kommt auf die Bühne. Das Mikro ist an, nehmen Sie gerne Platz. Das ist für Uli. Vielen Dank. Das ist ein bisschen grell hier. Heute ist es schlimmer. Okay. Also, schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass Sie alle da geblieben sind. Wahnsinn, so viele Leute. Es liegt wahrscheinlich einzig und allein an diesem tollen Film. Doris, wir haben vor drei Jahren hier gesessen zusammen und über Grüße aus Fukushima gesprochen. Und da habe ich eine Frage gestellt, die ich jetzt einfach nochmal wiederholen will. Für alle die, die vor drei Jahren nicht da waren oder die vergessen haben, wie die Antwort war. Wie kam diese wunderbare Liebe zu Japan zustande? Ach, ja. Ist schon lange her. Das war mit meinem ersten Film Mitten ins Herz. Und da war ich eingeladen zum Tokyo International Film Festival. Und das war 1984. Und da bin ich dann nicht im Kino sitzen geblieben, sondern wollte das Land sehen und bin durch Japan getrampt und fand es so exotisch und gleichzeitig aber auch so seltsam vertraut. Und das war ein Effekt, den ich sehr toll gefunden habe. Und das wollte ich immer wieder erleben und bin deshalb, glaube ich, immer wieder hingefahren. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man als deutsche, nicht japanisch sprechende Frau durch Japan trampt, dass es keine zehn Kilometer braucht und man weiß nicht mehr, wo man ist. Weniger. Also damals gab es wirklich nirgendwo Beschriftung auf Englisch oder überhaupt mit lateinischen Buchstaben und da wusste ich eigentlich auch in Tokio schon nicht mehr, wo ich bin. Du hast gerade gesagt, es war vertraut und fremd zugleich. Und das, glaube ich, spricht aus all deinen Filmen, also sechs habe ich gezählt, vielleicht sind es noch mehr, die zumindest zum Teil in Japan spielen oder sich mit japanischer Thematik auseinandersetzen. Immer hat man dieses Gefühl der Fremdheit und gleichzeitig der Vertrautheit. Und gerade bei diesem Kirschblüten und Dämonen ist die Durchdringung von beiden Kulturen, finde ich, am stärksten. Ja, sind es schon sechs, echt? Herr Wahnsinn. Ja, das stimmt, das stimmt. In diesem Film ist es nicht so zweigeteilt wie zum Beispiel im ersten Teil, wo der Vater dann nach Japan geht und ab da spielt, ist er in Japan und vorher ist es nur Deutschland. Denn hier kommt ja die Ju aus Japan und ist vielleicht auch wirklich ein Gespenst. Das erfährt man ja auch erst ganz am Ende. Da geht es sehr viel früher los. Und wir haben uns hier auch wirklich drum bemüht, Deutschland sehr japanisch zu fotografieren. Wir haben uns an die alten Holzdrucke von Hiroshige und Hokusai angelehnt und haben versucht, Deutschland so zu fotografieren. Und es ist auch bis in die Fetische hinein, also die Glaskugel mit Neuschwanstein, die in Japan dieselbe Faszination hervorruft wie der Stoffdruck von Fujiyama an der Wand von Trudys Wohnzimmer. Ja, das hat natürlich alles sehr viele autobiografische Bezüge auch. Als mein Kind sehr klein war, sind wir aufs Land gezogen. Also vor der Geburt sind wir noch aufs Land gezogen, ins Allgäu, weil ich dachte, ah, Kind muss auf dem Land groß werden. Und dann war es auch wunderschön im Herbst und dann wurde es Winter und es wurde immer dunkler, immer dunkler und immer einsamer. Mein Mann musste arbeiten gehen und war nicht da und ich saß allein mit dem Kind in diesem dunklen Dorf und nur 20 Kilometer weg von dem Dorf ist Neuschwanstein. Und dann bin ich wirklich ganz oft im Winter mit meinem winzigen Kind nach Neuschwanstein gefahren, nicht um Neuschwanstein zu sehen, sondern um in Japan zu sein, weil da so viele japanische Touristen sind oder waren, jetzt sind es die chinesischen, dass die Lokale alle voll waren mit Japanern. Es gab japanische Speisekarten, japanisches Essen in Neuschwanstein. Also man konnte wirklich in Japan sein, in Neuschwanstein. Und dann bin ich mit meiner Tochter nach Japan gefahren, da war sie fünf und da gab es eine japanische Zigarettenwerbung, die war immer auf den Zigarettenautomaten aufgedruckt und das war Neuschwanstein, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil die Luft so gut ist, wenn man raucht oder so. Und meine Tochter hat immer drauf gezeigt und hat immer gesagt, da wohnen wir. Japaner haben immer gedacht, wie bitte das Kind wohnt im Schloss. Ah, oh. Ah, so, das sagt man auf Japanisch auch. Ah, so. Ah, so. Mal abgesehen von den vielen kleinen Elementen, was verbindet uns denn tatsächlich mit Japan? Naja, natürlich erstmal auch eine sehr fatale Geschichte, die uns verbindet. Das war wirklich die Achse des Bösen. Das war Nazi-Deutschland und Nazi-Japan, muss man wirklich sagen, waren Alliierte und haben beide fürchterliche Kriegsverbrechen begangen. Ich rede gar nicht von der Judenvernichtung in Deutschland, sondern von den Kriegsverbrechen in den Kriegshandlungen, Japan wie Deutschland. Und dann haben beide den Krieg verloren und dann ist etwas Seltsames passiert, dass beide Länder am Boden zerstört waren eigentlich, ökonomisch, wie auch die Städte waren zerstört, das Land war zerstört und beide Länder wurden eigentlich dadurch, weil es wie so leere Supermärkte waren, die dann mit Waren bestückt wurden, zu den Wirtschaftswunderländern. Und da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zwischen Deutschland und Japan, aber auch diese Faszination von Amerika in der Zeit, das Land, was beide Länder als Besatzer natürlich auch mitregiert hat und auch kulturell so beeinflusst hat. Das ist auch sehr vergleichbar. Und dann kam aber auch die Repression, die große wirtschaftliche Rezession in den 90er Jahren, auch wieder identisch. Und jetzt ist es wieder identisch, dass Japan und Deutschland eine Bevölkerungspyramide haben, wo es sehr, sehr viele alte Leute gibt und sehr wenig junge Leute und wo sich die Probleme auch wieder sehr ähneln. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele historische Parallelen. Wir haben ja so ein bisschen so ein Japan-Bild, was durch Geschäftigkeit geprägt ist. Der Japaner macht wenig Urlaub und wenn, dann fährt er an kulturell interessante Orte. Er liegt nicht faul in der Ecke rum. Er hat einen schwarzen Anzug an, geht morgens pünktlich zur Arbeit. Die Gärseite davon ist so dieses mythische, mystische Japan, also ein Ort, wo Geister ganz selbstverständlich mitleben und Tee angeboten kriegen. Ja, Japan ist sehr stark geprägt von Shinto. Shinto und Buddhismus sind die beiden Landesreligionen, aber jeder ist Shintoist und Buddhist, das ist man gleichzeitig. Und im Shinto ist alles beseelt. Und ich weiß nicht, ob Sie die großartigen Filme von Miyazaki kennen, Chihiros Reise zum Beispiel, wenn nicht, schauen Sie sich unbedingt an, wirklich ganz toll, wo das sehr eindrücklich auch erzählt wird. Die große Beseeltheit von Natur, aber für Japaner sind auch Maschinen beseelt. Deshalb fällt es den Japanern so leicht, mit Robotern zurecht zu kommen, weil auch Roboter eine Seele haben, aus Shinto-Sicht. Und als Altenpfleger eingesetzt werden können. Ja, sehr viel. Aber jetzt habe ich auch eigentlich immer mit einem Roboter einchecken müssen im Hotel. Gibt es gar keine Rezeption mehr. Erleuchtung garantiert, hieß einer der Japan-Filme. Wann kam bei dir die Erleuchtung? Ich bin nicht erleuchtet. Deshalb weiß der Film ja auch Erleuchtung garantiert. Garantierte Erleuchtung gibt es nicht. Und ich werde noch lange warten müssen, um erleuchtet zu sein. Ich warte auf die Krähe. Eine Krähe hat dem Mönch Ikkyu erleuchtet. Hat einmal geschrien, die Krähe, und schon war er erleuchtet. Vielleicht passiert mir sowas. Wer weiß. Die Quintessenz dieses Films ist ja, dass Zen von Putzen kommt. Von Erleuchtung garantiert. Ja. Das hat Uwe Ochsenknecht dann irgendwann mal gesagt. Damals war ja der Deal, dass wir in dem Kloster, wo wir gedreht haben, auch den Tagesablauf einhalten mussten. Das heißt, wir mussten sehr viel putzen. Wir mussten jeden Tag putzen. Stundenlang. So wie alle anderen auch. Und deshalb eben dieses Putzen. Was Uwe dann irgendwann mal gesagt hat. Ach ja, genau. Putzen. Kirschblüten Hanami war ein Wahnsinnserfolg. Wann hast du dir überlegt, ein Sequel zu machen? Wobei ich das Wort gar nicht mag. Es ist auch gar kein wirkliches Sequel, sondern es ist vielleicht eher ein Spiegel. Aber da kommen wir vielleicht noch zu. Aber wann hast du dir überlegt, nochmal zu diesen Fäden zurückzugehen? Das ist eine sehr ergreifende Geschichte eigentlich. Ich habe das nie vorgehabt. Und nach dem Film Fukushima, in Fukushima, da habe ich die Geister kennengelernt, weil die Leute sich sehr gefürchtet haben, mit uns in die Zone zu gehen. Und wir haben auch große Mühe gehabt, Statisten zu finden, weil die Japaner gesagt haben, da sind so viele Geister in der Region, da können wir nicht hingehen. Und die kamen dann ja auch zum Teil vor, in der Geschichte von Grüße aus Fukushima. Und ich habe mich sehr stark damit beschäftigt. Obwohl ich selber nicht an Geister glaube. Und nach der Premiere von Fukushima in Tokio, was sehr emotional, aufwühlend war, weil die Japaner so ergriffen waren von dem Film und von ihrer eigenen Tragödie auch, weil sich jeder erinnert, was mit ihm geschehen ist an diesem 11. März. Danach brauchte ich ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub. Und ich hatte gelesen von einem Hotel am Meer, von einem alten Hotel, in das der Regisseur Hiro Kore-Eda, den Film Shoplifters haben Sie vielleicht gesehen, der hat letztes Jahr Cannes gewonnen. Und ich kenne alle Filme von ihm und mag ihn schon sehr lange. In dieses Hotel, hatte er geschrieben, fährt er immer, um sich zu erholen und auch zu schreiben. Weil nämlich der berühmte, berühmte Regisseur Yasujiro Ozu da auch schon immer hingefahren ist. Und hier ist der richtige Ort, um über Ozu zu reden, denn Ozu ist nun wirklich so der Großmeister des japanischen Kinos, der immer Familiengeschichten erzählt hat. Und der Film Kirschblüten Hanami war meine Antwort eigentlich auf seinen Film Tokyo Monogatari, Tokyo-Geschichten. Gut, also bin ich zu diesem Hotel gefahren und das ein altes Ryokan in Shigasaki am Meer. Es war niemand in dem Hotel, eine uralte Landlady hat mir aufgemacht. Und ich habe gefragt, ob ich das Zimmer von Ozu sehen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie können in dem Zimmer wohnen, kein Problem. Hat mich in das Zimmer geführt. Vor dem Zimmer blühten wunderschöne Blumen, weiße Blumen. Und sie sagte die Sätze, diese Blumen hier sind wie Ozu, tagsüber sind sie weiß und abends, weil Ozu so viel Sacke getrunken hat, werden sie pink. So wie Ozu dann immer so rot im Gesicht und rosa im Gesicht wurde. Ich habe gedacht, ja, ja, okay. Ja, ja, Blumen verändern sich, okay. Ich saß dann in dem Zimmer und es wurde dämmerig und die Blumen wurden rosa und es wurde dunkel und die Blumen wurden rot. Also eine unglaubliche Transformation, die bei mir nicht mit dem Sacke zusammen hängen konnte, weil ich wirklich nichts getrunken hatte. Und dann habe ich angefangen, in diesem Zimmer zu schreiben und hatte plötzlich die Idee, dass die Eltern, Trudi und Rudi, als Gespenster zurückkommen können. Das war so eine Idee. Boom, war die da. Und dann habe ich dieses Drehbuch geschrieben. Es ging relativ schnell. Dann haben wir den Film geplant, besetzt. Hannelore war klar, Rudi Elmer war klar, aber die Landlady musste ich besetzen in Japan. Und habe dann die großartige japanische Schauspielerin Kiki Kirin gefragt, die aber kurz vorher ein Interview in der Japan Times gegeben hatte, dass sie auf den Tod zugeht, dass sie aufgehört hat zu essen und dass sie sehr bald sterben wird. Sie war schon lange krank, aber das war wirklich so ihr Abschied, ihr Abschiedsinterview. Die Produzenten haben gesagt, die kannst du nicht fragen, bist du wahnsinnig. Und irgendwie habe ich gedacht, doch, ich frage sie. Keine Ahnung warum, manchmal macht man so Sachen und weiß nicht warum. Und innerhalb von wenigen Tagen hat sie zugesagt. Und dann haben wir gedreht und sie kam an, abends mit einem Fahrer kam sie an, aber wollte sonst nichts. Keine Assistenz, kein Make-up, kein Hair, nichts, sie hatte gar nichts, kam ganz allein an und kam rein und die alte Landlady hat sie begrüßt. Die beiden sind sich in die Arme gefallen. Sie hatten sich das letzte Mal 1958 gesehen, denn Kiki Kirin hat ihre Karriere in diesem Hotel angefangen, mit Ozu. In diesem Zimmer. Ja. Und dann haben wir diese Szene gedreht mit Kiki Kirin, wie sie in dem Zimmer sitzt und die Schneekugel in der Hand hat, als allerletzte Einstellung von ihr. Und sie saß genau da, wo sie 1958 ihre Karriere angefangen hat. Das war die letzte Einstellung ihres Lebens. Das ist die Geschichte von dem Chika Saki Kan. Und das ist eine großartige Geschichte. Zu schade, um hier im Raum zu verbleiben, da müsste man eigentlich einen Film drüber machen. Ja, ich finde es aber schön, wenn es hier im Raum erstmal bleibt. Also das ist eine, ja, eine Familiengeschichte. Du sagst, das Drehbuch war relativ schnell fertig. Das bezieht sich wahrscheinlich erstmal auf den Plot, also auf das, was an Handlungselementen da passiert. Was mir besonders gut gefallen hat bei diesem, ich nenne es einfach mal Spiegel ist, dass er an so vielen Stellen verknüpft ist. Da gibt es diese, diesen Mensch mit dem Katzenkopf, der über die Straße geführt. Ja, das ist mein Liebling. Der in Hanami auch schon eine wunderbar rätselhafte Figur ist. Hanami, der ist in Fukushima. Grüße aus Fukushima. Fukushima, genau. Und wie entstehen solche Sachen? Sind die alle schon aufgeschrieben? Alles Wort für Wort? Da ist nichts improvisiert oder im Schnitt oder jetzt machen wir nochmal das? Nein, das ist alles da, nur der, auch der Mann, der Katzenmann, der war dann im Drehbuch da von Fukushima, den hatte ich in der Vorbereitung, da hatte ich einen Artikel über den gelesen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt hier, dass das ein Büroangestellter ist, der in seiner Freizeit Katzenköpfe bastelt. Und den habe ich jetzt wieder gefragt und der war sofort dabei. Ja, kein Problem, wann, wie, wo, ich bin da. Und dann kam er wieder, das war nur lustig, es war diesmal so heiß, es war so schrecklich heiß, es war diese furchtbare Hitzewelle in Tokio letztes Jahr und seine Katzenaugen beschlugen immer wegen der Hitze und er wusste nicht mehr, wo er ist, weil diese Augen, ich musste ihm immer die Augen putzen. Es gibt ja in dem Film jetzt auch tatsächliche Rückblenden und es gibt Rückblenden vor den Rückblenden, die also zurückgehen bis in die Nazi-Zeit letztendlich. Also da kommt plötzlich der böse Großvater, Nazi-Großvater, der dann auch so ein bisschen erklärt, warum dann der Vater so ist, wie er ist. Und der Nazi, Japaner, der General, der seine Tochter schlägt, der ist auch zu sehen. Und spiegelt sich natürlich in der Figur des Bruders, der bei der AFP, wie es hier heißt, lassen wir es mal dabei, also der Weg geht zurück in eine nicht glückliche Zeit. Nein, das sind unsere Dämonen. Und ich muss schon sagen, wir als Land haben uns eigentlich sehr bemüht, diese Dämonen anzuschauen, sie auch vielleicht sogar zum Tee einzuladen und sie wirklich kennenzulernen und ihnen ihren Platz zuzuweisen. Wir haben uns wirklich beschäftigt mit ihnen. Sie sind aber anscheinend weiter da und weiter virulent und wir müssen weiter mit ihnen umgehen, mit diesen Dämonen, ob das jetzt Antisemitismus ist oder Rassismus, hat viele Gesichter. In Japan hat man das nie getan. Bis heute taucht dieses Thema nicht auf. Japan hat auch in den Schulbüchern den Krieg nicht verloren. Also das ist schon eine seltsame Verdrängung und komplette Abspaltung von diesem Thema. Und wie wird Hiroshima Nagasaki erklärt? Ja doch, das waren die Amerikaner, das waren ja nicht die Japaner. Aber wenn sie den Krieg nicht verloren haben, das ist doch die Verlustgeschichte. Ja, aber das haben einfach die Japaner als, andersrum, die Japaner sehen das als etwas Entsetzliches, was ihnen angetan wurde, aber die Verknüpfung mit Pearl Harbor zum Beispiel, die wird so nicht hergestellt. Und man hat den Stolz bewahrt zu sagen, wir sind die Gewinner? Nein, Gewinner auch nicht, aber es ist etwas, was einfach nicht thematisiert wird. Und natürlich hängt auch damit zusammen, dass man sich immer noch nicht wirklich entschuldigt hat für die Kriegsgräule in China, in Korea, in Indonesien. das gibt es nicht. Also da haben wir mehr für das Verhältnis zu unseren Dämonen getan, aber wie gesagt, wir haben es natürlich auch nicht geschafft, dass sie für immer brav in der Ecke sitzen bleiben, wie man jetzt sehen kann. Wir haben aber auch andere Dämonen, also Dämonen, die man sofort als solche erkennt, die sozusagen dazu da sind, den Winter auszutreiben oder was auch immer. Diese merkwürdigen Figuren, die auf der Straße tanzen, waren mir gänzlich unbekannt. Das ist wahrscheinlich in Bayern, ach so, ist kein bekannter Volksbrauch. Doch, für viele Bayern schon, aber ich habe das aus den New York Times. Da war irgendein Foto von diesem wahnsinnig tolles Foto von einer Perchte und da drunter stand Berchtesgaden und ich habe das angeschaut, Berchtesgaden, wirklich im Ernst, Berchtesgaden? Und dann habe ich es recherchiert, ja natürlich, das sind, die heißen da nicht Perchten, sondern heißt anders, von Berchtesgaden. Aber die gibt es sehr viel im alpenländischen Raum, manche davon kannte ich auch, aber ich kannte diese Stroh-Version nicht. Und witzigerweise ist ja der gute Dämon, also Yu, bei diesen verkleideten Geistern ganz gut aufgehoben. Sie ist kein Dämon, sie ist ein Judei. In Japan werde ich immer sofort korrigiert, denn die Japaner haben ein irrsinniges Personal an Geistern und die können alle verschiedene Sachen, haben verschiedene Namen, sind wirklich so katalogisiert und danach ist Yu kein Dämon, sondern ein Judei. Es gibt aber auch die Yokai, das sind die Haushaltsgeräte, die beleidigt reagieren, wenn man sie schlecht behandelt. Also ein Besen, den man irgendwo in der Ecke vergessen hat und nicht mehr benutzt, der wird zu einem Geist, zu einem Geisterbesen und kann einem so eine Art Schabernack dann treiben oder aber auch der Computer, der kaputt geht, kann ein Geist werden oder unsere Schublade voller alter Handys, das sind dann Yokai, das sind Geister, die herumgeistern. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten in Japan, ein Geist zu sein. Ist diese Geister-Ebene sozusagen das Gegengewicht für die Realpolitik, die so deutlich, glaube ich, in keinem deiner Filme bislang vorkam, dass also eine Partei quasi persifliert wird und im Film eine Rolle spielt. War das die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe so viel Mystik, ich kann auch Realpolitik da reinbringen? Naja, das kommt darauf an, wie man es sieht. Also durch mein japanisches Training sehe ich die ja gar nicht als mystisch, sondern als sehr real. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Terminologie, ob wir über Depression sprechen oder über einen schwarzen Dämon, der in der Ecke sitzt, und uns quält und bedroht. Das ist letzten Endes eine andere Terminologie. Und mit den Bildern, das Kino arbeitet mit Bildern und es arbeitet eben mit Gespenstern, weil, wie ich schon gesagt habe, das Kino eine reine Gespensterveranstaltung ist. Alle, die man auf der Leinwand sieht, sind Gespenster. Und deshalb ist es für mich einfach sehr real oder es ist sehr naheliegend, so mit den Geistern noch umzugehen, als wären sie real. Und ich mache da gar nicht so eine große Trennung. Interessanterweise ist das auch eher eine europäische oder deutsche Sicht, das zu trennen in real und irreal. Ich komme gerade aus Tokio zurück, wo der Film jetzt anläuft. Und das ist da überhaupt kein Problem. Das ist normal. Ja klar, sind die Geister da. Logisch, sitzen die Dämonen in der Ecke. Ja, das wird so als völlig gegeben hingenommen. Und die Realpolitik? In Deutschland oder Japan? In dem Film, wie kam das dazu, dass es so deutlich wird? Ja, weil wir alle immer noch und weiterhin damit zu tun haben. Durch unsere Reaktionen auf das, was auch immer mehr wieder an die Oberfläche kommt und unser Verhältnis zu diesen deutschen, sehr deutschen Dämonen ja auch beschreibt. Wie stehen wir dazu? Und das wird ausagiert sehr stark im Moment. Und jeder hat seine eigene Art darauf zu reagieren. Und wir stellen eben doch auch erstaunt fest, dass das, was wir mal als völlig erledigt betrachtet haben, nicht erledigt ist, sondern es ist weiterhin da, das ist virulent und das sind halt Bilder, die wir nicht abschütteln können, nicht loswerden können. Wir müssen uns mit denen beschäftigen. Und das Interessante ist ja, dass der Sohn von Klaus auf sehr japanische Art reagiert auf die Handlung seines Vaters. Ich muss das ablesen, in Japan heißt das Hikikomori, Jungen oder meistens sind es Jungen, aber junge Menschen, die sich komplett von der Welt zurückziehen, in ihr Zimmer einschließen und nur noch zum Essen und zum Duschen rauskommen. Das ist ein Phänomen, was aus Japan kommt. Inzwischen gibt es mindestens zwei Filme, deutsche Filme, die das auch behandeln, Tausend Arten den Regen zu beschreiben und Goliath 96. Wo bist du mit diesem Phänomen bekannt geworden? In Japan. In Japan. Ich habe Frauen kennengelernt, gar nicht Männer, sondern Frauen, die mir irgendwann freimütig erzählt haben, ja, ja, ich war auch fünf Jahre oder sieben Jahre die eine, eine andere zwölf Jahre in meinem Zimmer und bin nicht mehr rausgekommen. Und das ist in Japan ein ganz klarer Ausdruck dafür, nicht mehr mitmachen zu wollen in der Gesellschaft und ist oft auch eben ein Leistungsdruck, den, das fängt meistens in der Teenagerzeit an, empfinden und dem sie sich nicht aussetzen wollen oder können und manche bleiben dann aber wirklich ewig, ewig, ewig in ihren Zimmern. Also es gibt Geschichten von Männern, meistens sind das dann Männer, die 50 Jahre im Zimmer bleiben und ihre uralten Eltern immer noch ihnen täglich das Essen bringen und, ja, so bedrohliche Ausmaße kann das annehmen. Aber es wird auch in Japan seltsam hingenommen, als, ja, als etwas, was man dann auch nicht ändern kann. Es wird nicht psychologisch gesehen, das ist relativ neu, das psychologisch zu interpretieren. Es ist so interessant, ich habe auch gelesen, dass man, es ist ja nichts Böses, von diesen Menschen geht nichts Böses aus, also werden sie auch nicht als böse behandelt. In Tausend Arten den Regen zu beschreiben, ist diese, dieser Rückzug des Sohnes der Sprengstoff der Familie, also da geht böse Energie aus. Das ist eine sehr deutsche Sichtweise. Ja, die japanischen Eltern nehmen das erstaunlich gelassen hin, das ist dann so. Es ist aber im Prinzip auch nicht viel anders, als wenn die Kinder arbeiten gehen würden, denn da sieht man sie ja auch nie oder auch die eigenen Ehemänner, meistens eben die Männer und nicht die Frauen, die gehen auch morgens um fünf aus dem Haus und kommen um Mitternacht wieder. Also, das Familienleben ist schon auch ein sehr anderes als bei uns, wo man sich wirklich fast nicht sieht, so wie man auch die Hikikomodis es nicht sieht, die in ihren Zimmern sind. Wenn man jetzt mal die Figuren anguckt, dann ist ja Carly, der jüngste Sohn, eigentlich derjenige, der am gemeinsten behandelt wird. Er ist in Hanami noch ein Erfolgsbanker, der so ein bisschen droht, asozial zu werden, nicht mal für seinen alten Vater Zeit hat. Meine Schwester sagt schon, der Carly säuft. Damals schon. Ja, sagt die Birgit Menichmeier, sagt das über ihren Bruder. Und jetzt tut er es tatsächlich und in der ersten Szene, wenn er da völlig betrunken mit dem Panda-Kopf, übrigens auch ein paar Worte zu der Katze, in die Geburtstagsfeier seiner Tochter rein stolpert, dann tut er einem fast leid. Ja, klar. Ja, aber seine Frau sagt ihm auch irgendwann mal, mach dich nicht immer zum Opfer. Er hat das schon auch sehr stark, so als seine Geschichte für sich geschrieben, dass er das Opfer ist in dieser Familie. Und es gibt dann merkwürdige Verbindungen von Gegensätzen. Überhaupt ist dieser Film durchzogen von Verbindungen von Gegensätzen. Sie sagt, du bist kein Mann. You sagt, you're a good man. You kommt zu ihm und sagt, I am you. Das ist, also enger geht's kaum. Und Trudi hat Rudi in sich. Also die Verbindungen von Unterschiedlichkeiten, das ist so ein Motiv, finde ich, was sich durch den ganzen Film zieht. Das ist natürlich sehr asiatisch gedacht. Also dieses Zusammengehören von Gegensätzen, dass sie unauflösbar zusammengehören. Die, ähm, nur ein schönes Detail. Ich hab's vorhin schon mal gesagt. Ist mir erst aufgefallen, dass ich jetzt am Montag den Film zum zweiten Mal sehen konnte, weil man achtet auf die Handlung, man verpasst oft kleine Kleinigkeiten. Und ganz am Anfang, man achtet beim Vorspann auf das, was da geschrieben steht. Und was mir ungeheuer gut gefallen hat, sind die kleinen Bewegungen in den sonst so starren, ja, das sind ja textile Bilder fast, ja, also textile Bemalungen. Das sieht so aus, das kommt aus alten Büchern. Und deshalb, äh, diese Struktur, die wir auch ein bisschen dann noch verstärkt haben. äh, äh, aber das sind alles, äh, Zeichnungen, ähm, Woodprints, äh, Holzdrucke aus dem 17. 16. Jahrhundert, das sind alte Gespensterdarstellungen. Das sind alles, äh, Gespenster und Yokai, diese Haushalts, äh, Gespenster, von denen ich vorhin erzählt habe, sind auch dabei. Also es sind so Standardgespenster, japanische Standardgespenster. Da denkt man sich auch, meine Güte, was ist das für eine irre Imagination? Also wenn das der Standard ist, dann möchte ich die Extravaganen nicht kennenlernen. Das ist wundert. Diese Animation dieser, dieser Figuren, hast du gesagt, hat sehr viel Arbeit gemacht. Warum? Naja, das ist halt, äh, Friemelarbeit. Äh, da setzt sich dann ein sehr, sehr geduldiger Grafikdesigner hin und, ähm, animiert die Stückchen für Stückchen immer in Absprache mit mir. Wie weit soll die Bewegung gehen? Was soll sich genau bewegen? Wie weit soll der die Augen rollen? Wie weit soll der die Krallen ausfahren? Und das sind ja sehr viele. Mhm. Aber um da auch so einen, so einen kleinen, also einen Atem reinzubringen, also überhaupt den Atem in den Film zu bringen, deshalb ist das am Anfang schon da. Bei Hannah Mi hatte ich zumindest den Eindruck, dass da ein großer Raum für Improvisation war, dass nicht alles durchgeschrieben war. ich, inzwischen weiß ich, wie du arbeitest, aber der Eindruck entsteht. Ja, ja. Das ist hier auch wieder so. Die Frage ist, ist das tatsächlich? Mein Ziel. Ja? Das so aussehen zu lassen. Weil, äh, dadurch, meiner Meinung nach, eine Echtheit entsteht. Man hat das Gefühl, es ist fast dokumentarisch. Ja. Und das ist mein Ziel. Weil ich mich aber auch inzwischen selbst so langweile, schon seit langem eigentlich, in diesen sehr abgezirkelten, sehr kontrollierten, hergestellten Einstellungen. Die sehe ich dann einmal, aber zweitens mal brauche ich sie nicht zu sehen, es überrascht mich nichts mehr. Ähm, da fehlt mir der Atem eben. Und bei Hannah Mi, wie bei, wie hier, ja, in Hannah Mi gab es so ein, zwei kleine Situationen, die waren wirklich improvisiert, wie zum Beispiel die Umarmung von Rudi und bei der Hagmi-Bewegung steht ein Hagmi-Mann auf der Brücke, auf der Haraldschuk-Brücke. Der stand da wirklich? Der stand da wirklich, ja, ja. Und dann habe ich einmal gesagt, ach, geh doch mal zu ihm hin und lass dich umarmen. Aber sonst war da eigentlich auch alles sehr, sehr geschrieben, ja. Und wie ist es dann im Schnitt? Also dieser Film zeigt, dass Schnitt ungeheuer wichtig ist bei der Filmproduktion. Hast du da einen absoluten Plan, der minutengenau eingehalten wird oder fühlst du das, was du da schneidest? Ich habe Sankt Frank, ich nenne ihn Sankt Frank, ein bayerischer Heiliger, der Frank Müller, mein Cutter seit Fukushima, der vorher bei Ines Renier gelernt hat, die immer meine Kathrin war, die Königin des Schnitts, von ihr hat er gelernt und er besitzt diese unendliche Geduld, deshalb Sankt Frank, das wirklich mit mir in einer sehr ja, in so einem sehr langsamen Rhythmus alles durchzugehen und zu schauen, was interessiert uns wirklich und was wollen wir denn wirklich weiter sehen? Das ist das eine. Das andere ist die Struktur der Geschichte, ja klar, die muss erfüllt werden, aber darüber hinaus auch wirklich so einen Atem wieder zu finden und Atemrhythmus, das ist das Schwierige am Schnitt. Es gibt ja wenig Szenen, erstaunlich wenig Szenen, die aus Hanami übernommen wurden, also Rückblenden in den Film hinein. Ich kann mir vorstellen, dass man das ganze Material vorliegen hat im Schnitt und sagt, okay, jetzt können wir mal gucken, was wir davon brauchen können. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eben keinen Sequel oder so einen Mashup machen, sondern ich wollte einen eigenständigen Film machen, der, wenn man Lust hat, sich bezieht auf Hanami, das natürlich, aber man braucht Hanami nicht zu kennen, um den Film sich anzuschauen. Was ich aber als Bezüge immer wieder drin habe, sind Bezüge auf japanische Filme und nochmal wegen Filmmuseum, ein anderer Lieblingsfilm von mir, Ikiru von Kurosawa, da singt der alte Mann, der sterben muss, das berühmte Lied Gondola no Uta. Dieses Lied ist genau das Lied, was Kiki Kirin hier singt und was auch die ganze Zeit über immer wieder Yu summt oder auch singt. Das ist Gondola no Uta und ich wollte es Das Mädchen heirate. Genau. Und ich wollte es einer Frau zurückgeben, dieses Lied, denn es ist ein Lied über eine Frau und es ist was sehr anderes, wenn ein Mann dieses Lied singt, als wenn eine Frau es singt, denn dann singt sie es über sich. Und so hat man das Gefühl, dass Kiki Kirin von sich selber spricht, die Landlady spricht von sich, von sich als junge Mädchen. Und in dem Film Ikido gibt es eine Einstellung, wo dieser alte Mann auf einer Schaukel im Schnee sitzt und dieses Lied singt. Berühmte, berühmte Einstellung. Und deshalb sitzt Elmar Wepper auf der Schaukel im Schnee, aber er singt nicht das Lied, sondern das Lied wollte ich einer Frau geben. Damit endlich eine Frau von dem singt, wie es so ist als junges Mädchen. Wie würdest du diesen Film im Vergleich zu Hanami beschreiben? Würdest du sagen, extravaganter, tiefsinniger, dunkler? Er ist bestimmt dunkler, er ist sicherlich auch komplizierter. Für mich war das eine auch sehr aufregende Reise, weil ich mich da so reingestürzt habe, so ein bisschen wie Alice im Wunderland in diese, in, ja, in diese Reise zwischen Gespenstern und realem Japan und Deutschland. Es war schon ein wilder Trip. Hanami war auch ein wilder Trip durch Japan, aber dieses war noch auf mehreren Eben noch mal sehr viel herausfordernder. Auch für sie wahrscheinlich. Für mich ist Hanami eine deutsche Reise nach Japan gewesen und Kirschblütende Limonen ist eher ein Film, der sehr souverän Japan nach Deutschland holt. Dankeschön. Ja, das war natürlich auch der Sinn. Ich habe versucht, die Klischees auch auszureizen. In Hanami ging es um die Kirschblüten und die Fuji. Das sind die deutschen Klischees von Japan. Und hier geht es um das japanische Klischee von Deutschland, wie man an dem Zigarettenautomaten in Tokio sehen konnte. Das ist Neuschwanstein. Aber wir durften als einzige Produktion jemals in dem Schloss Neuschwanstein drehen, weil tatsächlich die bayerische Schlösser- und Seenverwaltung alle Fans sind von Kirschblüten Hanami. Ach echt? Ja. Ja, da ist der Tegelberg gleich nebenan und die Seilbahn, auf der wir gedreht haben bei Hanami. Und die kennen den Film nicht auswendig. Und ich war jetzt bei diesem Film im Supermarkt in Lechbruck, also da im Allgäu, wo wir gedreht haben, wirklich ein kleines Kaff. Und da kam ein Bauer auf mich zu, so 80, 85 Jahre alt, und hat mich auf Allgäuerisch angeredet, was ich nicht gut nachmachen kann. Er hat gesagt, Sie, wissen Sie eigentlich, dass ich ihretwegen bis zum Fuji gefahren bin? Er war wirklich da. Ich glaube aber, dass der Film Kirschblüten und Dämonen auch stark profitiert hat von Grüße aus Fukushima. Ja, durch die Beschäftigung mit den Gespenstern, klar, ganz bestimmt, ganz sicher. War es das jetzt erstmal mit Japan für die nächsten drei Filme, oder ist der übernächste dann wieder hindurchwoben? Ich denke auch immer dann, jetzt reicht es, weil ich auch dann manchmal so eine Ermüdung bekomme, auch das Arbeiten in Japan ist schwierig und sehr anstrengend und irgendwie kaum habe ich gesagt, es reicht mir, bekomme ich wieder große Sehnsucht nach Japan. Mal schauen. Also der nächste Film ist ganz bestimmt nicht in Japan. Was ich jetzt gerade schreibe, ist eine Geschichte in Deutschland. Eine Frage noch zum deutschen Film, der Rest wird Urs am Ende fragen. Du sagst, Japan, das Drehen ist anstrengend, das Präsentieren von Filmen ist noch anstrengender. Ist denn das Arbeiten in Deutschland für dich leicht und wenn ja, liegt es daran, dass du Doris Dörrier bist oder ist es sowieso leichter, in Deutschland Filme zu machen? Ja, wir haben eine sehr gute Filmförderung, im Unterschied zu allen anderen Ländern ist unsere Förderung, außer vielleicht Frankreich, ist unsere Förderung wirklich gut. In Japan ist das lang nicht so. Das wirkliche Drehen ist in Japan fast leichter, weil ich da ja drauf bestehe, als Touristin unterwegs zu sein. Man sieht uns das gar nicht an, dass wir ein Filmteam sind. Das haben wir immer so gemacht und das geht dann sehr einfach. Hier wissen die Leute dann natürlich schon, wer Hannelore Elsner ist oder Elmar Wepper ist oder auch Golo Euler ist, da reagieren sie natürlich anders drauf. Das ist in Japan dann sehr viel einfacher. Man hat Elmar Wepper nie so gesehen wie in Hanami. Das war auch für Elmar Wepper ein wirklicher Sprung. Ja, das stimmt und er hat bis heute RA an seinem Auto als Kennzeichen Rudi Angermeyer. Belassen wir es mal an dieser Stelle dabei, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, aber sie wollen sicher auch ihre Fragen loswerden, deswegen melden sie sich, dann kriegen sie ein Mikrofon vom Urs und stellen sie ihre Fragen. Genau, auch wenn das abschreckend sein mag. Ich komme zu Ihnen. Nein, okay. Vielleicht aber, ich habe noch eine erste Frage, wieso eigentlich Kolo Euler, wenn Maximilian Brückner in Hanami spielt, in Kahl? Weil Maxi Brückner der Einzige war, der in einer Serie in Lappland festsaß und da nicht rauskam und alle anderen aber Zeit hatten und ich dann nicht alle anderen wieder vertrösten konnte, zum Beispiel auch Hannelore nicht, die auch Anschlussprojekte hatte und dann musste Maxi leider draußen bleiben. Ja, wenn Sie Fragen haben oder auch Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat, dann ist jetzt die Gelegenheit. Sie haben Java beschrieben als eine Mischung aus Vertrauten und Fremden. Mich würde interessieren, ich hatte auch den Eindruck, dass es in dem Film eine Rolle spielt, ich bin selber auf den Bayern im Allgäu, da wo Sie auch noch gedreht haben, mindestens zweimal im Jahr, dass man sozusagen mit dieser Mischung aus Vertrauten und Fremden nicht dort auch findet. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie das auch stark suchen. Also das gibt ja sozusagen die Landschaft auf der einen Seite und es gibt sehr viele esoterische Bestrebungen im Allgäu, das wissen Sie sicherlich auch, wo dem Boden unterschiedlichste Art bis hin zu den politischen Dämonen, die es auch in der CSU beispielsweise gibt, auf dem Land, was sehr unheimlich ist. Ich habe immer diese Erfahrung, dieser Fremdheit, ich kenne sozusagen, ich bin in Deutschland, aber gleichzeitig, wenn ich von Frankfurt aus dahin fahre, denke ich, das ist eine Reise in eine ganz eigenartige Landschaft. Also das werde ich irgendwo in eine andere Gegend fahren. Und diese Mischung, ist Ihnen das wichtig oder ist das ein wichtiger Punkt gewesen, auch in dem Film? Diese Mischung von Vertrautheit und Fremdheit, also das Fremde im Vertrauten, so vielleicht kann man es ein bisschen kommen. Ja, wobei natürlich Bayern mein Zuhause ist, da bin ich seit 75 und das ist schon meine Heimat, also gerade diese Landschaft, da ist vor Ostallgäu, ist meine Landschaft, mein Zuhause. Aber zum Beispiel sowas wie die Perchten, das ist mir dann doch auch wieder fremd, aber es ist mir wahrscheinlich inzwischen vertrauter als jeder andere Landstrich in Deutschland. Vielleicht, wie war denn die Reaktion jetzt in Japan? Sie kommen ja gerade von der Tour dort. Ist das anders als in Deutschland? Ja, natürlich, aber wie? Ja, das hatte ich schon gerade erzählt, dass für die Japaner die Gespenster in dem Film völlig normal sind und die Dämonen auch. Also das wird so ganz, ganz selbstverständlich hingenommen. Und die waren natürlich sehr ergriffen einmal von Kiki Kirins letzter Rolle, also das ist eine große, große Verehrung von Kiki Kirin in Japan, der startet auch in ihrem Todestag und zum anderen eben dieses Deutschland und Neuschwanstein, das finden sie dann schon sehr, sehr fremd und sehr attraktiv und sehr, sind sehr neugierig darauf. Deshalb, der Film kam sehr, sehr gut an und war sehr, sehr einfach, sehr lässig war das in der Wahrnehmung. Nehmen die das auch schon als japanischen Film wahr quasi? Nein, 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 das ist es nicht, der spielt ja auch zu zwei Drittel in Deutschland. Das war Fukushima, aber für sie ein japanischer Film. Groß aus Fukushima, aber der nicht. Weitere Fragen? Wir müssen es auch nicht erzwingen, wenn Sie wollen. Es ist nicht so leicht, nach diesem Film zu reden, gell? Ja. Der geht auch dann so seltsam tief oft und rüttelt so an vielen Dingen, Familiengeschichte und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass da doch sehr viele Sachen auch hochkommen bei einem selber, wenn man den Film sieht. Ich wundere mich schon auch, wenn ich den sehe, was wir uns da getraut haben. Aber das war in Japan eben so nicht so, die dachten, oh klar, komplett, ja, ist eine Spenstergeschichte, sehr logisch, dass das so ist. Ah ja, okay. Denn aus meiner Sicht ist das schon eine ziemlich wilde Geschichte. Trauen, ich sitze hier vorne und rede so vor mich hin, kein Problem, aber wenn ich im Publikum sitze, traue ich mich fast nie eine Frage zu stellen. Ich kriege so Herzklopfen, wirklich. Ja, ich möchte ja, also es gibt viele, viele Anknüpfungen, über die ich komplett erstaunt bin, die ich jetzt auch erstmal loswerden muss, Hannover und Allgäu. Ja, habe ich ganz viel, ich bin aus Hannover. Ich auch. Und das haben Sie vorhin gesagt am Anfang und dann kommt jetzt die Geschichte mit dem Alkohol, das ist auch in meiner Lebensgeschichte ein Teil gewesen, der ganz wichtig ist. Aber was ich eigentlich jetzt als Anlass genommen habe, war das Letzte. Ich arbeite als Psychotherapeutin und habe auch Alkohol in meiner Herkunftsfamilie als ein großes Thema gehabt. Und es war für mich sehr faszinierend zu sehen, diese Wandlung, die in dem Film stattgefunden hat, eigentlich als ein Heilungsprozess, der eben mit diesen Dämonen und mit den ganzen Erscheinungen und ich habe auch nochmal den Zustand von Alkoholisiert und Alkoholismus und den weißen Mäusen, die man vielleicht sieht. Ich war nie so besoffen, dass ich das irgendwie je selbst erleben musste, Gott sei Dank. Aber ich habe es eben in meinem nächsten Umfeld erlebt, in welche Abgründe Menschen gestürzt sind. Und das hat mir der Film irgendwie auch sehr vor Augen geführt und das eben nochmal mit dieser Dämonenbezeichnung und auch eben das als etwas Reales zu nehmen. Ja, wie Sie das beschrieben haben, auch wie es in Japan genommen wurde. Das hat mir sehr geholfen, diese Wahnsinnsrealität, die erlebt wird, in bestimmten Zuständen, die Menschen erleben können, in der Depression, im alkoholischen, schwer beeinträchtigten Zustand. Und das wollte ich einfach jetzt gesagt haben. Ja, danke. Schön. Möchten Sie da was ergänzen oder erwidern? Na, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich so interessant finde, dass in Japan die Sprache der Psychotherapie nicht existiert. Also es gibt diese Wörter, mit denen wir ja seit langem jonglieren und hantieren, also ob das jetzt Frustration, Depression, alles Mögliche, was wir gelernt haben in den letzten 30 Jahren oder noch länger, das gibt es alles in Japan nicht. Ich kann mich erinnern, als ich aus Amerika als junge Frau nach Deutschland zurückkam, da hatte ich das in Amerika schon gelernt, dieses psychologische Vokabular, da gab es das hier noch nicht. Da haben wir nicht davon geredet in Deutschland, von Depressionen, das gab es nicht. Und meine Freundinnen in Amerika waren alle beim Psychotherapeuten. Alle. Das gab es hier einfach nicht. Und genauso ist es jetzt wieder in Japan, wo es das auch noch nicht gibt. So langsam fängt es an, dass man es auch versucht, weniger zu stigmatisieren und überhaupt einen Zugang dazu zu bekommen. Aber es gibt eben interessanterweise auch Wörter nicht auf Japanisch. Das staune ich immer. In den japanischen Übersetzungen tauchen dann immer wie so Berge, so englische Wörter auf, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein, Depression. Das gibt es auf Japanisch nicht. Es gibt keine Wörter dafür. Gibt es einfach nicht. Weil auch dieses Ich es so nicht auf Japanisch gibt. Das Personalpronomen Ich wird fast nie eingesetzt. Und das ist eine ganz andere Sicht natürlich der Welt und von sich selbst auch, wenn ich nie über mich spreche, wenn ich nie Ich sage. Aber natürlich sind die Leute genauso wie wir gepeinigt und gequält durch schwierige Dinge, mit denen sie psychisch umgehen müssen. Und dafür hat man dann aber eben eine andere Sprache und das sind die Geister und Dämonen und Gespenster, die einen verfolgen und quälen und nicht loslassen und auf einem sitzen. Also wirklich auch der Dibbuk, das ist ja auch eine sehr europäische Beschreibung eines Gespenstes, der einen quält. das gibt es dann alles als Möglichkeit, es zu beschreiben. Und das fasziniert mich immer wieder, wie sehr wir uns da unterscheiden, einfach in der Beschreibung von unseren seelischen Nöten. Die Nöte sind dieselben, aber die Beschreibung ist eben eine ganz andere. Ich habe als Beschlussfrage, Uli hat es schon angekündigt, eigentlich die Standardfrage zu dieser Reihe. Die Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Nun unterrichten Sie an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und mich würde jetzt vielleicht auch interessieren, wenn Sie jetzt gerade wirklich mal vergleichen, Sie beschäftigen sich ja viel mit Japan, viel mit Deutschland. Können wir was lernen, gerade auch im Filmbusiness von Japan oder die was von uns und ja, was tut sich denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so schwierig, wenn man selber Filme macht, man guckt ja nicht so wirklich rechts und links, weil man so beschäftigt ist mit dem Film, den man selber macht und da bin ich immer ganz froh, wenn ich mal auf ein Festival fahren kann und Filme von anderen sehen kann, aber so allgemein kann ich ganz schwer was sagen oder eigentlich kann ich gar nichts sagen, ich bin ja keine Spezialistin, das sind wirklich andere, das sind Sie, das bist du, das sind Sie. Ich kann eigentlich über die Filme reden, die mich interessieren und das sind natürlich schon auch Filme wie die großen japanischen alten Filme oder jetzt eben jemand wie Kore-Eda, der Familiengeschichten erzählt, ganz behutsam und auch relativ langsam. Oder Ihre Schülerinnen und Schüler in der Hochschule, was machen die so für Filme? Was machen die, naja, was wollen die für Filme machen? Die wollen alle Serien machen. Die gehen so gut wie gar nicht mehr ins Kino und wollen Serien machen und gucken auch eigentlich fast ausschließlich Serien und wollen am liebsten irgendwie, ja, für Netflix arbeiten für den Rest ihres Lebens. So schrecklich, ja? Im Moment schon. Das ist das große Versprechen, aber es fängt natürlich auch an zu bröckeln, weil jetzt klar wird, dass Netflix natürlich auch das Produkt und die Ware und das ist natürlich eine ganz knallharte Warendiskussion bei Netflix versucht zu optimieren. Das heißt, es wird enger und es wird auch wieder sehr viel formatierter alles. Und man darf nicht unterschätzen, Netflix ist ein Eins-zu-eins-Ausspielweg. Das heißt, jeder, der eine Netflix-Serie guckt, stößt einen technischen Prozess an, wo diese Folge der Serie für ihn selbst ausgespielt ist. Es ist nicht wie beim Fernsehen, es wird ausgestrahlt und man empfängt einfach und das ist ein großer Faktor. Das ist auch ein Energiefaktor und ein finanzieller Faktor. Danke, danke, denn das finde ich wirklich irre, wenn man diese Statistik liest, was es bedeutet, das Streamen, was es an Energieverbrauch bedeutet. Das ist wahnsinnig. Also, man kann alle Autos in Deutschland ein ganzes Jahr lang im Kreis fahren lassen und das ist das Äquivalent des Energieverbrauchs vom Schauen einer einzigen Folge einer Serie. Sowas Irres, weil die natürlich diese unglaublich großen Rechner müssen permanent gekühlt werden und müssen permanent auch natürlich am Laufen gehalten werden und das ist ein Energieverbrauch, der ist unvorstellbar. Darüber reden wir nicht so gerne. Weil wir nicht so gerne drüber reden und weil natürlich auch besonders Junge nicht so gerne drüber reden. Ja, klar, schwierig. Es gibt kaum ein schöneres Schlusswort, um zu sagen, gehen Sie ins Kino hier bei uns. Der Energieverbrauch ist geringer. Genau, der Energieverbrauch ist es. Also. Ich gebe mir aber viel Energie. Dankeschön. Bevor Sie gehen. Der Energieverbrauch ist vielleicht geringer, aber Sie geben mir viel Energie. Vielen Dank für die Energie, die Sie mir dadurch geben, dass Sie heute hier waren. Danke auch für eure Energie, die ihr mir gebt. Das bedeutet für einen Filmemacher unendlich viel. Herzlichen Dank. Dankeschön, liebe Doris Dorel und danke Hannelore Elstner natürlich auch für die wir diesen Abend ja auch gemacht haben. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.